hallo meine kleinen bastelschlawiner heute komme ich doch noch mal mit einer weiteren folge wie bearbeite ich meine action stanzen vielleicht bin ich im bild einmal mit dieser hier und einmal mit dieser hier und ich werde euch das kann ich gleich machen die tue ich jetzt mal auf die seite moment also ich weiß jetzt nicht welche ich euch schon gezeigt habe also hier habe ich eine die ist relativ langweilig eine karte hier habe ich über geknickt hier habe ich mit inlay gearbeitet genau ihr seid voll im zoom so ist besser genau auf jeden fall hier habe ich mit inlay gearbeitet das ist eine dann ich weiß nicht ob ich die euch schon gezeigt habe dann habe ich noch aus denen die wir zusammen gemacht haben habe ich noch diese hier gemacht ja klar da wird überall noch was reingeschrieben oder so aber ihr könnt es euch vorstellen das haben wir diese rosen haben wir zusammen gemacht ich habe mich jetzt dafür entschieden dass ich die innenteile rausschneide weil mir war das zu zu ja ihr wisst was ich mein auf jeden fall diese hier und dann haben wir noch zwei stanzen gemeinsam gemacht und dazu habe ich dann noch meine straße straße meine gras verwendet und das ist daraus geworden da kommt dann auch noch der text hin und eben hier ist die gras stanze die ich schon hatte dieses war die stanze die liegt jetzt leider gerade nicht bei mir super ich wollte eigentlich wieder alles vorbereiten und habe natürlich wieder nichts vorbereitet naja egal auf jeden fall habe ich hier die gras stanze die habe ich bei tun bestellt das könnt ihr auch in den anderen videos nachschauen genau dann habe ich von diesen blumen dings bums kreisdings habe ich den kreis weggeschnitten hat die blumen noch die kleine feder neben genau hier kommt dann noch der text und also fertig ist sie noch nicht ich wollte euch nur mal zeigen und dann habe ich noch einige macht die fand ich eigentlich ganz süß und zwar ist das diese hier du bist eine power frauen da habe ich ausschließlich außer bei denen bei den wörtern und bei ihr hier nur mit restprodukten gearbeitet also das hier ist dieses gitter wo ich euch auch schon mal gezeigt habe von meiner von meiner bestellung das sind die innenteile die noch drin hängen geblieben sind in der stanze da habe ich überall mit punkte kleber hingemacht und einfach durchgedrückt und da ist es dann dabei rausgekommen das sind reste von meinen schmetterlingen dass die herzen glaube ich auch ich glaube das sind auch reste von menschmetterling und diesen schnörgel habe ich irgendwo gefunden haben einfach noch mit drauf geklebt ja und das ist dabei rausgekommen und jetzt gehen wir wie gesagt zu unseren heutigen stanzen und das sind diese und diese hier und wir werden schauen was ich daraus mache let's go mit dem video und dann und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben es geschafft! Eine weitere Folge! Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Einmal haben wir hier diese Stanze, von der ich ja eigentlich von vornherein schon beim Kauf gar nicht so begeistert war. Und da können wir jetzt mal gucken, was da rausgekommen ist. Wie gesagt, liegt was drunter. Ich habe auch schon Kommentare gekriegt. Schaut einfach mal in meinen Kommentaren, wie man es noch besser machen kann. Genau. Auf jeden Fall ist das dabei rausgekommen. Ja, genau. Und ja, ist doch ganz nett. Wenn man das eben besser prägt, dann ist es noch schöner. Und was ich richtig schön finde, also was ich nicht so schön finde, ist diese Schleife. Die gefällt mir eigentlich nicht. Aber knippst doch einfach hier das ab und dann habt ihr so eine schöne Rose mit Stängel. Finde ich so toll. Und die Schleife kann man ja für was anderes benutzen. Aber das ist wieder mal nur mein Geschmack. Keine Ahnung. Ja, muss ja nicht jedem gefallen. Das war diese hier mit dieser Stanze. Dann machen wir mal weiter. Und zwar hatten wir ja dann dieses Vögelein. Das Vögelein. Das ist so süß. Also mit dem habe ich auch schon eine Karte gemacht. Aber keine Ahnung, wo ich die hin habe. Habe ich die euch schon gezeigt? Nee, ne? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich diese Stanze so schön. Und sie erinnert mich irgendwie an meine Nachbarin, der ich öfter mal helfe. Die geht auf die 80 zu. Und die hat im Garten drei Vogelhäuser oder so. Und die beobachte ich die ganze Zeit ihre Vögel. Und da denke ich, also wenn ich mal eine Karte mache, denke ich immer an diese Nachbarin. Also wird es auch eine Nachbarinskarte, ne? Egal. Auf jeden Fall schauen wir mal, was jetzt draus geworden ist. In so bunt werde ich sie ihr wahrscheinlich nicht machen. Aber ja. Und zwar haben wir dann diesen süßen Mann. Und ich sehe gerade, dass der Zweig und der Fuß ja mal überhaupt nicht zueinander passen. Da werde ich noch ein Stück Gold dahinter machen. Egal. Genau. Das ist daraus geworden. Auch ganz süß, oder? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe den Vogel mehr eine Amsel. Also würde ich es beim nächsten Mal schwarz machen. Den Schnabel. Ich habe irgendwo eine Karte. Es kann aber auch echt sein, dass ich die schon der Nachbarin gegeben habe. Das nervt mich jetzt. Ich hoffe, ich habe in einem vorigen Video schon euch die Karte gezeigt. Weil der Vogel, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Naja. Gut. Ne. Habe ich nicht. Ja. Ich habe ja noch von Joom, habe ich ja euch auch mal gesagt, dass ich euch so ein paar Karten zeige. Eine habe ich jetzt ja gerade noch da. Die wollte ich euch mal zeigen. Die habe ich mit zwei verschiedenen Stanzen, drei verschiedenen Stanzen gestaltet. Und die finde ich total süß. Ich mag ja dieses, ähm, wie heißt das, wenn es so verblasste Farben sind, sagt es mir. Ich finde das immer voll gemein, dass ihr mir nicht helft, wenn ich eine Frage habe. Ja, ihr wischt schon auf jeden Fall in so hellen Farben gemacht. Pastellig, genau. Und die finde ich total süß. Da habe ich meine Mauerstanze, also nicht die vom Action, sondern die, wo ich bei Joom bestellt habe. Habe ich die Mauerstanze benutzt. Hier oben die Blumen, den Blumenkreis auch von Joom. Und die Dunkis, also die Buchstabenstanzen auch von Joom. Und hier meine selbstgemachten Enamel Dots. Äh, ja, da habe ich ein bisschen mit dem Kleber gepuncht. Seht's das? Egal. Schauen wir lieber den unteren an, der schaut besser aus. Genau. Und, ja. Wunderschön. Also ich muss sagen, selbstgemacht ist immer noch am schönsten. Mir gefällt die Karte richtig gut. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich die bekommen würde. Aber ihr müsst sie mir nicht machen, denn ich habe sie mir selber gemacht. So. Ähm, da ich ja doch einige Likes auf die Videos bekommen habe und auch noch ein Kommentar mit Bitte, bitte mach weiter, war so eine super Idee und keine Ahnung, habe ich euch eben jetzt dieses Video noch gemacht. Es wird jetzt noch ein Video kommen, das wird wahrscheinlich etwas länger, weil ich habe ein paar Stanzen aussortiert. Jetzt mache ich mal kurz Pause, die mir eigentlich nicht gefallen. Da war eigentlich die da auch dabei. Und, ähm, die werde ich mit euch auch noch bearbeiten. Und vielleicht durch euch oder mit euch finde ich doch gefallen. Ich mache jetzt kurz Pause und hole die Stanzen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und, ja, also zum Beispiel hier diese Feder. Ich habe es ja euch gezeigt, wie es im ausgestanzten Zustand ausschaut. Deswegen, also mir hat sie nicht gefallen und ich habe mir gedacht, bevor das ganze Zeug bei mir zu Hause rumliegt und andere wirklich Freude dran haben, sortiere ich es aus und dann kommt das in ein Tauschpäckchen oder in eine Verlosung und derjenige hat vielleicht viel, viel mehr Spaß. Jetzt, durch das, dass ihr mir wirklich so viele Daumen nach oben gegeben habt, vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe euch alle. Ähm, da habe ich mir gedacht, komm, du probierst das noch aus. Wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, kannst du es immer noch weitergeben. Genau, das wäre einmal die Feder. Dann diese Rosenranke. Ich weiß nicht, das Einzige, was mir an dieser Ranke richtig gut gefällt, ist das Herz hier oben. Ja, aber, ähm, genau. Da auch wieder dasselbe. Ich probiere sie jetzt mal aus. Sie geht ja nicht kaputt, wenn ich sie mal durchkurbel. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann freut sich immer noch jemand anderes drüber. So, dann hier die Sonnenblume. Ich finde sie ja ganz süß und es ist ja auch das typische Ding von der Sonnenblume, weil wenn die erblüht mit den ganzen Sonnenblumenkernen, wird der Kopf relativ schwer und sie fängt zum Hängen an. Aber ich finde es irgendwie so traurig. Die, die hängt mir zu weit. Ja, keine Ahnung. Aber wir probieren es aus und schauen wir mal, was das wird. So, dann hier das Saxophon mit den Noten, wo viele von euch überhaupt nichts drin gesehen haben. Finde ich lustig. Ich musste aber auch erst überlegen. Auf jeden Fall, ähm, auch nicht wirklich mein Fall. Und genau dieselbe Geschichte. Wir probieren es aus. Wenn es was wird, wird es was. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt kommt mein Hassobjekt. Mein hingemachter Fleck. Oder ich weiß nicht, wie ich es in dem Action-Hall Teil 4 genannt habe. Keine Ahnung. Aber, ja, ja, ihr wisst Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei dem Video das nächste Mal wieder. Vielleicht kommt aber noch irgendwas dazwischen. Ich muss dazu sagen, dass ich unter der Woche eher weniger Videos hochladen werde, aber dafür dann Wochenende immer versuche, ein paar mehr hochzuladen. Es ist halt einfach doch sehr viel mit der Arbeit. Mir ging es auch jetzt eine Zeit lang nicht gut, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Gar nichts mehr. Stress, Stress, Stress. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, unter der Woche Arbeit. Und am Wochenende bin ich dann voll für euch da. Aber ich kenne mich. Ich habe einfach Lust zu basteln. Und ich habe auch Lust, euch dran teilhaben zu lassen. Genau. Also, ich habe euch ganz fest lieb und macht es gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bussal, Bibi.